hallo ihr lieben herzlich willkommen zurück bei minecraft mit mods ja es ist ein neues jahr weihnachten ist vorbei die mütze ist weg die kisten haben auch keine besonderen verpackungen mehr und ich habe einiges gemacht wie ich auch in der letzten aufnahme schon erzählt habe bin ich ein bisschen rumgewandert ein bisschen nur sehr viel gewandert und das war mal so vier sechs stunden bestimmt nur rumgelaufen und gesammelt 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 und ja ups ups so habe einiges zusammengekriegt also es hat hier nicht mehr reingepasst das sortieren hat auch ewig gedauert und ich habe das jetzt hier draußen also hier zum beispiel von forestry ein paar bienen habe ich gefangen dann hier von agriculture was und habe dann hier noch die ganzen boxen mitgenommen ja die boxen sind echt klasse das heißt also ich habe hier in die zwei so packs so ein einmal backpack und dann habe ich diese boxen hier oben die boxen habe ich hier einfach reingetan und die halten dann auch immer noch eine ja einmal so eine reihe also 3 3 3 halten die dann auch fest und hast du jede menge zeug was du mitnehmen kannst weil das schöne ist die kannst einfach abbauen einfach abhacken und nehmen wir mal hier die axt dann so zack und wenn ich hier wieder versetze zack sind die sachen immer noch drin das wird einfach nicht abgebaut das ist echt klasse und ich habe jede menge zeug zusammen also hier habt ihr mal so weit so ich konnte sortiert aktuelle additions dann hiervon immersive engineering dann hiervon ender io ein paar sachen ja not enough ones habe ich jetzt zusammengestellt keine ahnung was die alles können aber daher teleporter und die ist auch nicht schlecht die da kannst du hingucken und dann teleportierst du dahin ich glaube ich glaube ich geht so dann haben wir hier noch von abysel craft was zusammengestellt da kommen wir irgendwann mal zu dann hiervon die query dann habe ich hier passivs über kraft machen wollen hier das ist war der eigentliche grund warum ich rumgelaufen bin ich habe jede menge sprouts versucht zu finden ein paar hatten wir ja hier schon gefunden zum beispiel glows so ne blaze war das hier blaze den habe ich hier gefunden beim buddeln und glows und hatte ich auch irgendwo irgendwo oder nicht oder doch was habe ich hier noch gefunden guck mal durch kohle kühle kühle creeper die enderman das ist klasse da habe ich eine gefunden das ist echt klasse da kann man das enderperl mitmachen ich hoffe dass ich die vermehren kann dann essens aus gast 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 ist auch klasse die tiers kriegste davon guardians bräuchte nicht gegen die gepfeln im wasser iron lapis nether pick quarts dann auch aus dem nether kannst du nether quarts machen redstone dann scharf slime was haben wir noch sprouts und zombie glowstone habe ich nicht gefunden schade also die wachsen das da kommen wir nämlich zu das wollen wir jetzt machen dafür eben plantagen bauen dass wir die sachen bekommen das ist echt klasse ja und ich habe ein bisschen rumgefarmt und hier auch ein bisschen mal ein tank aufgebaut erkläre ich ich weiß gar nicht geklärt da waren wir noch nicht kommen wir noch zu machen wir einen tank ach ja ich habe den tank gemacht wegen dem wasser und wegen dem klee das heißt ich habe nämlich klee genommen hier harten klee habt den harten klee hier reingetan zack und kriegt dann genau harten klee weiß ich nicht mehr das ist eben wieder ein paar tage rein damit rein damit geht nicht das war dann der andere klee genau um harten klee zu bekommen genau ich nehme den ding kann findest du nämlich überall die verschiedenen farbigen klee sorten und bekommst zack mit wasser harten klee genau aber ich habe das noch gelassen weil ich den black lotus weil ich hinten den klee natürlich noch brauche ich wollte mich hier im live stream dann hier das häuschen bauen so eine u-form und dazu hatte ich ja schon mal ein bisschen holz angepflanzt und holz abgehackt ihr seht ihr schon jede menge holz und habe eben auch klee gesammelt und ihr seht hier ist ich glaube hier war es irgendwo ich klee gesammelt habe jede menge klee hier ist die karte die ich abgelaufen also ich bin ja hier ein paar stunden lang umgelaufen wie ihr seht gar nicht so wenig also sechs stunden waren es bestimmt ich habe mich auf die uhr geguckt bin immer wieder gelaufen aufgehört haben wieder angefangen wieder ein bisschen umgelaufen und gesammelt und gesammelt und gesammelt war mal gestorben wie es sich so gehört ja und habe das alles hier erst mal gestapelt so ok also wir haben jede menge zeugs wir haben die karte jetzt aktualisiert war ja kleiner fehler drin und vorbereitet für das häuschen aber jetzt wollte ich mit euch nein nicht das sondern hier auf hierhin progressive automation und zwar wollte ich hier ein bisschen was bauen und ich weiß nicht wie weit ihr das schon kennt es gibt vier verschiedene tiers und verschiedene stufen es fängt an mit holz geht dann mit stein und dann auf eisen und diamant in den verschiedenen sachen die die diese mod zur verfügung stellt das hat hammer zum beispiel eben dem meiner wir haben einen holzfäller wir haben einen farmer wir haben generatoren wir haben auto crafting wir haben hier ein ja auch noch ein farmer ja farmer hier hier der farmer hier der ist ein planter wo du eben alles mögliche mit pflanzen kannst und hier geht es um den farmer animal farmer da kannst du die vermehren und hier kannst du sie töten der tötet aber nur erwachsene tiere und eben verschiedene stufen ich finde die mod ganz klasse weil sie auch am anfang echt günstig ist wegen mit ja zum beispiel sachen aus holz zu machen mal gucken so und ganz verschiedene holzsorten eine kiste rufen und eine axt und dann hast du schon meiner der buddelt der dann schon mal runter aber nachteil ist der meyer aus holz der braucht auch oder der kann nur mit einer holz pickaxe arbeiten und dann kriegst du natürlich nicht viel hin muss der schon höher gehen dann gibt es eben stein dann kannst du mit der stein pickaxe arbeiten mit der eisen pickaxe und mit der eisen pickaxe kommst du ja auch schon an diamanten ran das heißt also dies schon mal die bessere möglichkeit dann gibt es noch einen nachteil der arbeitet nur immer auf einem feld das heißt also wenn ich ich nehme mal so wenn das der jetzt wäre dann würde der genau unter diesem feld nach unten bis zum bedrock arbeiten und das heißt mehr nicht genau dieses eine feld und dafür gibt es dann entsprechend updates das heißt hier hast du für jede stufe also holz ist holz stein ist stein iron ist iron diamant ist diamant also geht immer nur so in diesem zusammenhang das heißt also du kannst diese nur hier drin verwenden und die geben dir immer ein feld mehr das heißt also wenn du hier da wollte ich hin eisen genau nimmst das und der buddelt jetzt genau hier unten drunter dann will der genau hier unten rum die acht felder werden dann acht updates bedeuten von diesem eisen das gilt dann auch für die anderen sachen wobei der natürlich genau unten drunter ist bei dem schau mal da steht maschine sollte auf demselben level wie die saplings das heißt also oberirdisch der hier der planter ist genau unter dem feld das finde ich echt klasse weil du siehst du nicht das heißt er ist unterm feld und arbeitet unterhalb des feldes du siehst du nicht finde ich toll das ist energie dann haben wir ein crafter das hier kommen wir später dazu also für mich erstmal interessiert sich interessiere ich mich für den miner und die bäume und den planter also die drei stück ich denke ich werde die aus eisen machen ein bisschen eisen hammer muss man noch ein bisschen eisen machen ich habe auch entsprechende uah es wird schon dunkel schnell schnell ins bett ich habe ja hoffentlich bleibe ich drin dieser fehler ich habe jetzt mal angst dass der dann festpackt ich werde jetzt die dinger mal bauen hier einen aus also gegen den meiner aus ja aus eisen dazu brauchst du erstmal einen aus stone einen aus stein und einen aus wut aus wut kann ich den auch bauen ok den baue ich dann einen aus stein und einen entsprechenden miner dazu zu dem miner werde ich updates bauen die haben wir hier und da brauchen wir äh steine äh und hier ein aus holz und der braucht ein redstone der redstone ist echt billig der rest ist so wahnsinnig teuer dann den gleichen auch noch mal hier für das holz da mache ich aber ohne updates ähm und den planter da mache ich aber wieder mit updates also da gucke ich mal wie weit man eisen reicht und ich versuche die jetzt mal zusammen zu bauen und würde mich dann gleich wieder melden ok bis gleich so da bin ich wieder ok ihr leben jetzt habe ich die sachen vorbereitet auch ein bisschen was zusammengestellt und zwar haben wir jetzt hier den iron miner die zwei von den iron shopper also für die bäume und ähm ich habe mich für stein pflanzer ähm entschieden weil es ist sehr viel eisen sehr 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 viel eisen was wir brauchen das ist echt schon wahnsinn also ich brauche ja hier die pickaxe ich brauche die schaufel äh der kostet sehr viel die kosten sehr viel und dann habe ich hier noch zwei äxte ich habe hier noch zwei zwei shopper ähm für die bäume also alles in eisen und ich musste noch was ähm ich musste noch runter in die mine musste noch was farmen dann habe ich hier noch einen hopper und noch eine kiste ähm bei der kiste ah ja hier wollte ich auch noch klar das wollte ich noch später was noch zeigen ich habe auch noch zwischendurch geguckt weil ich noch warten musste bis die kohle fertig war ähm der hier warte mal die kisten sind echt nicht schlecht ähm ist an aktuelle edition und ähm so sehen die aus das ist die schmale das heißt also da brauchen wir vier kisten ähm hier so eine äh wie nennt sich das so ein casting wood casting ähm und dann hast du hier so eine small box zeig das mal ich zeig das mal das ist mal ne storage und das ist die small die gibt es dann noch in ähm mittel und in groß das heißt da sind dann drei von diesen feldern in ein so ner box und halt weinen kein auf und zu geräusch oh 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 schön huch da haben wir jetzt ein bisschen viel weggenommen ähm das war okay 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 zack und zack ja also den haben wir dann haben wir den meiner habe ich ein hopper genommen ein hopper ganz einfach um ein bisschen material zu führen zu lassen und dann gehen wir ich mach mal hier ja immer hier 123 123 dahin so da kommt er hierhin und zwar setze ich die kiste direkt darauf ja das heißt er füllt die direkt automatisch und den hopper setze ich hier an die seite nach an die seite dann wird er darüber gefüllt hier kann man nämlich cobblestone und kohle reinpacken wenn ich jetzt das spielt keine rolle wenn ich jetzt kohle rein packe zack füllt er die kohle automatisch auch in das richtige fach und wir gehen jetzt erstmal schlafen weil hier ist es ja sofort dunkel nach dem aufstehen die tage sind so kurz so elend kurz immer so okay also ich habe hier ein bisschen kohle drin jetzt die pickaxe und die acht updates haben wir ein range von 9 das heißt das fällt in der mitte und einmal drumherum und dann brauchen wir noch die schaufel wo ist sie da ein update haben wir drin jetzt fehlt noch cobblestone gut nehmen wir ein bisschen cobblestone haben wir auch hier hier haben wir eine erde wir brauchen aber richtigen kurbelstone haben wir auch richtigen cobblestone also machen wir 1 2 3 4 das war es eben einmal umwandeln den richtigen cobblestone und das noch und das noch so schmeißen muss da rein 1 2 3 und er fängt schon an wenn man sieht hier es blinkt und erfüllt das hier rein das heißt ich kann direkt aus dem an der sind cobblestone und er hat jetzt 559 blöcke die er abtragen kann okay der kann jetzt erstmal laufen so danach für die felder machen wir das mal als nächstes zwei felder zwei updates und zwei haus ich habe mir das hier auch schon mal zurecht gelegt die beiden wollte ich gerne machen das ist die ender perl ender perlen und das sind die blaze blaze warts so und da aber die haben wir jetzt hier ist das so einmal zweimal der muss in dieser höhe dann kommt daher wieder erde drauf weil er direkt machen erde drauf und dann sieht man ihn nicht mehr ich mache mir aber hier einen weg und runter brauche ich gar nicht so da ist der genau der andere sondern dahin so ich habe das jetzt hier mit einem schacht gemacht man kann das natürlich auch automatisiert aber so weit sind wir noch nicht also noch nicht noch nicht so jetzt haben wir hier auch die updates acht stück rein denn eine eisenhau einmal kohle so und dann kommen die pflanzen rein aber das machen wir gleich bei dem auch die hohe die updates und die kohle so jetzt habe ich ein eigener ja genau die hatte ich mich auch so jetzt wollte ich mich erst mal ein paar würmchen holen und das kannst du einfach ein bisschen rumhacken das wird nachher sowieso wieder grün dann können wir nämlich hier jetzt zwei würmchen reinsetzen sogar drei wenn ich das hier drauf setze und sie ist da braucht man nämlich kein wasser und er hat ja genau ein neun mal also dreimal drei also neun felder große fläche das ist nicht genau das was woran updates haben die automatisch bewässert beziehungsweise als erde behandelt so und jetzt kann man nämlich hingehen und unsere sprouts reintun hier tun wir die sechs rein und hier tun wir den einen rein zack okay und da der ein achter update hat wird er die wenn er wenn es klappt was ich hoffe dann wird er hier noch selbst links von denen finden also beim abtragen und dann werde die automatisch wieder setzen so das kann man erst mal so lassen wir können wir können wir können wir können warte mal die hier genau so drei stück okay okay wir können wir die mal dahin um die hälfte lassen oder warte mal die brauche ich nicht dass das so und mache aus dem normalen holz was so das geht direkt so crafting table für unterwegs machen so mal gucken mal gucken wie das aussieht das war es schon sieht aber nicht schlecht aus schön weiß angemalt als ob ich selbst gemacht hätte so die hälfte fehlt was haben wir genau genau so zack zack und zack rüber wo ist die tür bisschen einzäunen sieht doch nicht schlecht aus nehmen wir nicht die axt sondern wie sonst ist der alt sound weg so so sagen wir hier unser erstes feld unser erstes feld und es wächst schon super später kann man da noch hier so glas drüber machen das ist das ist das ist das ist das ist das ist das glas ist nicht dabei da muss doch glas sein oder oder war das ach nee das war genau hier von aktual editions ist das greenhouse glas genau nicht von agriculture sondern greenhouse glas von aktual edition das ist wie bonemean und das kannst du da drüber machen muss frei zum himmel sein und direkt also irgendwo oberhalb das heißt also muss nicht direkt da drauf sondern zwei drei vier wo ich da drüber muss dann über dem feld sein und nach oben frei zum himmel und dann ist das wie bonemean wachsen die auch schneller super so das können wir erstmal lassen die mine läuft denke ich ach schau an ein bisschen hat er schon gesammelt und jetzt noch schlafen und dann kommen noch die bäume dran ich kann nur bei tag schlafen und 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 ja alles klar so bäume 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 die pflanzen wir mal hier hin da muss man das ding erstmal holen so dass das das und das so kommt der eine auch dahin passt schon und dann machen wir 1 2 3 4 5 6 7 und hierhin noch ein bisschen abstand dazwischen also sieben stück damit die bäume entsprechend platz haben ja sonst haben wir noch schwierigkeiten nachher mit dem mit dem wachstum so es kommt hier aus wo die kohle habe ich auch noch vergessen zack die kohle rein und die saplings updates gibt es hier nicht und den hier da hat ein sapling der da wartet der bis der gewachsen ist da auch so eins können wir noch machen und zwar eine watering can die ist gar nicht so teuer die stone müssten wir haben weiß ich kann ich über das haben sie nachschauen und dann haben wir eine watering can und die erspart uns auch eine menge bonemeal zeig ich gleich zeig ich gleich zeig ich gleich haben wir dann noch eine schale ah wir haben eine schale und ein bisschen stone müssten wir auch haben alles klar und dann nein so rum so rum so rum fertig kann er zurück so und die müssen wir jetzt mit wasser füllen ach ich habe ach shit ich habe eisschuhe an so kann man unten sehen ganz langsam ja füllt sich der balken so jetzt ist die kanne voll und wenn ich die da benutze ist es wie bonemeal zack sehr praktisch sehr sehr praktisch und da ist die endeperle so jetzt hat er so schnell nicht sammeln können funktioniert sehr gut oh ich hätte vorher sechs jetzt habe ich sieben ha 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 acht es werden mehr es werden mehr ja ich packe die jetzt vorüber geht mal hier rein weil ich brauche die jetzt gerade nicht hier hat er die gesammelt das haben wir drei stück davon und naja kohle geht aber gut weg und hier haben wir acht okay jetzt gucken wir nochmal bei den bäumen moment der hat schon keine kohle mehr uh da müssen wir kohle bauen ja ja klar gut ach die kanne ja das ist das problem wenn die kanne leer ist dann haut die einfach drauf nochmal ich sollte mir ich sollte mir ich sollte mir so ein wasserreservoir bauen nochmal eben schnell was wasserreservoir machen wir auch mal nicht so weit laufen okay also die ersetzt die kanne ersetzt also sehr gut das äh das bone meal das finde ich äh echt klasse ja spart uns natürlich jede menge zeit so hier machen wir noch mal machen muss einmal zweimal gucken müsste schon reichen zwei stück oder brauch ich drei brauch ich drei für die kanne reicht's ich glaube da reicht sogar ein feld so und jetzt ein bisschen wasser aha und ups fertig und jetzt noch du zack und 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 geht natürlich schneller klar aha dahinten hat er schon abgetragen na komm komm ja auf jeden fall haben wir haben wir hier unseres bußwort wir müssen ja nochmal gucken wie ich das oder ja mal hinkriegen mit dem mit der energie denn die energie ist schon voller braucht hier haben wir noch neun stück nehmen wir die mal raus und packen das hier rein dann geht er weiter okay ja das war's jetzt erstmal für die erste runde ich glaube als nächstes machen wir einen live stream ähm für das haus das kann ja hier ganz gemütlich weiter wachsen dann haben wir noch bald äh unser unsere enderperle und blazelords und die anderen sachen und ähm ja dann sag ich jetzt erstmal bis zum nächsten mal und und ciao ciao um im 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 Vielen Dank.